leute herzlich willkommen hier im nft crypto games channel heute gibt es ein update zum hektor network am anfang zeige ich euch erstmal ja den überblick woraus besteht eigentlich das ganze ecosystem von hektor network das seht ihr hier auf dem bild das ist unterteilt nach available also diese dinge gibt es schon und abkommen was alles noch auf uns zukommt die hektor decks das ist quasi eine dezentrale exchange dazu muss ich ja nicht viel sagen man kann dort swappen der hauptpunkt war immer phantom aber das ganze ist mittlerweile auch ausgeweitet auf die bs chain also auf bnb aber es geht immer mehr in richtung komplette cross chain decks es gibt auch eine bridge und so weiter also kann man auch easy verwenden und zu swappen es gibt das hektor institute den hektor stable coin das ist der tor coin und der atlantica marketplace ist auf phantom wird auch cross chain weiterentwickelt und man kann hier als user als creator als artist einfach seine nft collections an den start bringen ja ist eigentlich eine super super nice plattform ich habe sie auch schon kurz getestet und ja es gibt geringe kosten also low fees das bringt phantom sowieso mit sich hier die cross chain funktionalität wird auch im trailer angezeigt und es ist auch ein launchpad also darüber launchen nachher andere projekte man kann hier die nfts minden unter anderem werden hier auch die mythos nfts zu minden sein auf diesem nft marketplace atlantica market das ekos metaverse kommt das ist ja dann das game für die mythos collection die mythos collection hier seht ihr sie noch mal ich habe sie schon in verschiedenen clips hier vorgestellt es gibt ja zu jeder karte einen eigenen trailer das ganze basiert auf der griechischen mythologie das sind animierte 3d nfts und als holder von diesen nfts kann man dann im ekos metaverse mit gamen das wird aufwendig konzipiert und momentan umgesetzt mit externer hilfe so und das führt mich auch zurück zu der übersicht was nämlich noch kommt die collection habe ich gerade erwähnt das game des ekos metaverse game habe ich gerade erwähnt dann kommt eine eigene payment lösung hektor pay hektor lounge auch eine launchpad geschichte müssten jetzt noch mal ins white paper schauen und die hektor library das ist so insgesamt also wirklich viele viele baustellen das team wächst auch wird immer größer auch sind der heck und der tor coin mittlerweile auf ok x auf einer weiteren decks gelistet und dort auch available wenn wir uns das noch mal anschauen heck ist ja wie gesagt der hauseigene die frei koin so gesehen hier mit ich habe gerade euro preise hier 3 euro 25 im monatsverlauf zu sehen dann der tor stable coin also hält sich meistens hier in diesem bereich also so um einen dollar um ganz leichte abweichungen gibt es natürlich auch bei stable coins aber der wert bleibt eigentlich stabil und der coin funktioniert auch schon eine ganze zeit lang dann wie gesagt läuft auf phantom phantom hat ja so im letzten zeitraum vor allem hier in den letzten drei monaten die wir so sehen noch mal einen wahnsinnigen anstieg hingelegt und ich kann mir auch vorstellen dass phantom im nächsten bullenmarkt noch mal weiter nach oben ausschlägt weil es ist eigentlich ein nächstes projekt der hauptentwickler andre kronje ist auch wieder damit am start wenn ich richtig informiert bin und deshalb ist die phantom chain eigentlich auch keine schlechte wahl außerdem ist hektor network ja offizieller champion partner von borussia dortmund es gibt immer wieder hier gewinnspiele man kann karten gewinnen für die spiele für die heimspiele von borussia und unter anderem jetzt hier auch ein komplettes gewinnspiel am laufen hört einfach mal kurz rein wir schauen uns das an borussia dortmund und hektor network partnered up in order to support the fans around the globe show us your most creative crossbar hit that you and your teammates have to offer the prize our bvb football academy will come and train the winning team for an entire weekend in other words bvb is coming to you also hier die die crossbar hit challenge hektor network und bvb das heißt fußball teams können hier teilnehmen wenn ihr jetzt begeistert zeit dann müsst ihr einfach so ein paar crossbar hit videos erstellen und könnte ich ja auch teilnehmen und ihr habt ja gehört der bvb kommt dann zu euch und trainiert euch quasi das läuft über instagram die challenge checkt einfach auch ja die socials von hektor network da werden die gewinnspiele immer wieder bekannt gegeben was ich übrigens auch super nice finde hektor network bringt jedes mal einen monatlichen report heraus das hier ist jetzt der für den januar der quasi im februar dann erscheint natürlich klar immer so ein bisschen zeit versetzt und da sind alle projekte also wirklich alle projekte auch ausgaben und wie es so weiter läuft budgetierung team zusammensetzung oder änderungen das ist alles in diesen reports erwähnt auch hier was zum beispiel den atlantica marketplace angeht der aktuelle status die neuen sessions die kommen also das ist auch super nice von der transparenz her dass die einfach ja über alles informieren was momentan so abläuft und auch was dann in der zukunft geplant ist und zum abschluss kann ich nur sagen ich persönlich warte auch auf die mythos collection und dann auf das game und sonst werde ich hektor network natürlich weiter beobachten und checken wenn ihr euch für das ecosystem interessiert checkt die links unten in der beschreibung falls sie fragen habt zu hektor network insgesamt dann schreibt in die kommentare leute ich wünsche euch was haut rein